Intro Ein hallo und willkommen zurück zu Metro 20 Streit 30 Ja im letzten Part ging es ja ziemlich actionreich zu Und da sind wir noch wahrscheinlich lange nicht raus Ja Deswegen geht es hier auch direkt mal weiter Gut, wir müssen auch ein bisschen mal mit der Munition aufpassen Gut, so gucken wir mal Hier muss ja irgendwo noch jemand sein, weil ich werde ständig von hinten beschossen Ach da, hallo Boah, ne, ich will nicht sterben, Leute, okay Dazu habe ich jetzt zu viel geschafft Ich habe jetzt auch kein Medikit, weil das wäre jetzt Nur Eine Verschwendung, weil ich wachte lieber hier unten Gut Das kann ich nicht irgendwie abschrauben und mitnehmen, oder? Finde ich irgendwie ziemlich toll Kann ich von hier aus die treffen? Aber der Typ sitzt da ja noch, das heißt Ich gebe dir mal was Schönes Oder wie viel habe ich von den Dinger noch? Ne, ich versuche es lieber auf die Weise Verrecke, verdammt Ja, kannst du ruhig stöhnen Hilft dir auch nicht weiter Ich gehe jetzt mal nach hier hinten, weil da lag ja auch noch ein Typ rum Vielleicht hatte der ja noch was für uns Hier auch noch Die konnte ich am Eifer des Gefechts gar nicht ausrauben Gut, jetzt habe ich vier Stück von denen Okay, nicht schlecht Äh, so Oh Mann Aber das ist halt auch das Schwierige Weil man halt selbst nicht speichern kann Ist es halt auch so Gefährlich Ich wusste es Ich bin so ein Idiot Oh, gibt es nicht Echt Gibt es einfach nicht Ah Jetzt kann ich mir den ganzen Scheiß nochmal antun Ja, schön Ach, Mann ey Gut Geh weg, los Genau Verkrümel dich So, dich habe ich Viel Spaß damit Das ist rock, ne Und du verfickter MG-Typ Dich wälze ich da jetzt wieder weg Gut, du hörst auf zu schießen Hier Hallo Na Arschgeige So Das haben wir wieder geschafft Gut Wow, 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 wow Hey, hey, hey Nicht zu gewagt hier Was soll das, Kollege Schnürschuh Du hältst doch definitiv zu viel aus Hör mal Meine Fresse Was hält der denn aus Ist ja nicht normal Wie, ich habe damit nur noch so wenig Moon Gut, äh Ja, damit habe ich wieder die falsche Munitionsart So, jetzt wieder die richtige Und da ich hier oben ja weiß Dass hier wieder so viele schöne Gäste sind Viel Spaß damit Kriegt noch was auf den Deckel Und noch was Ja, wir haben schwere Verluste Das weiß ich Ist auch gut so So Von da oben Von da schießt also noch jemand Gut, jetzt nehme ich den Medikit wieder Ah Arschloch Warte, verfeigt der mich nach hier unten Gut, so Jetzt gibt es hier noch mal was feurisch scharfes Hier, viel Spaß Wo ist denn noch jemand Da hinten seid ihr also noch Hier, viel Spaß damit So So Kollege, wo bist du? Ah Hilfe Mann, das ist echt so schwer Da ich halt nicht weiß Woher die kommen Mann, ey Von wo? Ich will echt mal wissen Von wo Da muss irgendwie noch ein MG sein Was auf jeden Fall auf mich schießt Also sonst kann ich mir das einfach nicht vorstellen Sonst weiß ich Am besten Willen Nicht von wo die da Bitte schön belzen So Das haben wir ja hier Mittlerweile ganz gut raus Verkrümel dich Und dann kriegst du jetzt schon Kopfschuss Geh weg So Das lief jetzt nicht so reibungslos Das lief auch nicht so reibungslos Boah Boah, ist jetzt gar nicht abzuhauen Also ich check das nicht Das ist richtig asozial hier Und ich hab jetzt mal eine andere Idee Scheiße Vielleicht funktioniert es ja Ne, funktioniert nicht Cool, der Typ bleibt einfach weiter daran stehen So, Kollege Ja, ist logisch Yo, ich bin wieder tot Oder aber die KI von den Typen ist so schlecht Dass ich's schaffe Ach, Mann, ey Ja, stirb was, das schön Du kannst mich mal Hier Ihr könnt das schon mal fressen Und hier auch für euch da hinten Aber ich weiß nicht An der Stelle Da hinten ist auf jeden Fall Immer jemand Ja, jetzt hält mich jemand Zu Left 4 Dead Ein, der kann mich ja wohl Mann, der spinnt doch So Ja, ja, ich bin erledigt Ja, ja, ich bin erledigt Heftig beschießt Ach, wisst ihr was Ich hab jetzt mal eine Idee Ich versuch was Irgendwie hier hinter zu flüchten Gut, die Flucht ist mir ja gelungen Gut, ich glaub bis hierhin muss ich auch kommen Nein 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 Ich bin so ein Vollidiot Boah, diesen Part weiß ich, wie ich ihn nenne Mega Abfuck behinderter Huren, so ein Part So nenne ich den, ey Gibt's echt nicht Ich meine, ich bin jetzt schon Wenn ich den Part zusammenrechnen würde Seit einer halben Stunde an dieser Sache hier dran Und ich krieg's nicht gebackelt Gibt's echt nicht So, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss Wo ich hinflüchten werde Los Verpiss dich, so Nächster Ach, du lebst noch Sag mal, geht's noch? Ach ja, komm, kill mich Gut Ach, das gibt's nicht Ich hasse es Das sind schon wieder 10 Minuten, die wir jetzt hier vergeudeln Ja, schön, da wirft jemand Methylamid nach mir Das war schon die ganze Zeit so Ja, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um Ich geb dir gleich einen Kopfschuss Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um Los, los, los Mal, Kollege, ich sag's nicht noch zum 18. Mal Dankeschön Sag mal, ich versteh's nicht Wenn ich mit dem Rücken auf den schieße, dann stirbt er direkt Und hier natürlich nicht Ach, ich versage Ich, 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 ich könnte sterben Ich, ich raste aus Man, das gibt's doch nicht, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe Oh, ich sitz wie im Emo in der Ecke So, diesmal schaffen wir's aber Bis zum nächsten Speicherpunkt Ich weiß, ich hätt's ja auch grad geschafft, aber nein Ich muss ja in so ne Ecke laufen Ach, ich mach das jetzt ganz anders Hier, viel Spaß damit, Geburtstagsgeschenk Hör mal Ich hab dir nicht erlaubt, das zu machen Boah Ja, ich bin tot Von wo? Ach da Ey, das gibt's nicht Ich, also entweder Ich schaff das jetzt Und überspring diesen Scheiß Das gibt's doch wirklich nicht Also entweder mach ich das hier alles komplett falsch Aber Ich mein, ich bin jetzt Ne, das gibt's Ich bin jetzt auch schon wieder seit elf Minuten da dran So, der ist Geschichte Gut Ab, da rüber springen Da kommt schon mein erster Besucher So Werbe ich noch eine So Medikind nehmen natürlich Und ich werd von hinten bebälzt Ja Das gibt's nicht Ich könnte kotzen Also wenn ich jetzt hier nicht aufnehmen würde Dann Dann, dann, dann würde ich hier so ausrasten Und da ich aufnehme Ist das doch mal ein Grund mehr eigentlich Weil Ich meine Ich hock jetzt seit zwei Parts So Den hab ich jetzt Ich sterbe wieder Ich merk's schon Ich benutze jetzt nur noch diese AK hier Oder diese Flatsch Oder was auch immer Das für eine Waffe ist Weil die scheint mir am besten zu sein Ne, das will ich nicht rausholen Da kommt wieder jemand Von wo Medikind mal nehmen So und jetzt ab nach vorne Ja klar Verrecke Gut Boah Du bist auch weg Medikind nehmen Jetzt geh ich aber keine Risiko mehr ein So Jetzt hab ich hier so ein Kacknacht-Sichtkind Aber das zieh ich nicht auf Da hab ich ja auch schlechte Erfahrungen mitgemacht Ne Ich will nicht an dieses MG dran Ja ich bin tot Ich bin wenigstens hier schon so oft gestorben Ach man ey Boah ist das mal ruhig hier Naja das kann man ändern Leben die Saftsäcke da oben eigentlich noch Ja sie leben noch Da oben du Saftsack Wir haben Verluste Hilfe 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 So Ich will einen Speicherpunkt haben Ich will einfach nur speichern Ich könnte ja bis nach da vorne flüchten Aber ne Wenn ich das jetzt nicht schaffe Dann kann ich auch den Partner Seewo uns nach der Stelle wieder Also da hab ich keine Lust zu Wenn ich ja wüsste wo die sind Ich weiß ja leider nicht wo die sind Da oben Und damit die jetzt auch endlich Ruhe geben Viel Spaß Leben die noch Ich versuch's einfach Ach da ist doch jemand Komm schon Speicherpunkt bitte Ich will nur einen Speicherpunkt haben Lebt da oben jetzt noch jemand Dass mir keiner in den Rücken fallen kann Ich will einfach nur weg hier Nirgendwo reinfallen In keine Höhle oder so Also ins Verderben oder so Ich will einfach nur hier raus Komm schon Speicherpunkt Komm schon Komm Speicherpunkt Ja Speicherpunkt Geil Ich liebe dich Ich will dich heiraten Dankeschön Super So Leute Hier wende ich die Part Wir sehen uns wieder Ciao Leute Oh Oh